Es ist dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahlsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Im Osten ist der Feind bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karzt-Horst gelangt. Ich habe Angriff Steiners. Das alles in Ordnung kommt. Herr Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wow. Heiter. Jose. Rex. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner war ein Befehl. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Das ist Ihr Staten. Sie wollen die Welt wieder festen. Der Bied der hat mit mir jungen. Jeder hat mich belogen, sogar ihr ist es. Die gesamte Generalität ist nichts weiter. Der Angriff Steiner ist ein Haufen niederberechtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbreiten... Ich setz Feiglinge! Verräumt ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das geschmeißenes deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält. Ja, er hat lange, dass das Militär-Moller-Aktionen nur behindert. Er hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt. Ich hätte gut daran getan, um darin alle Höroffiziere liquidieren zu lassen. Ich bin Stalin! Ich verliere von der Akkernung. Doch habe ich allein, allein auf mich gesteilt, ein Zerrapper erobert. Verräter! Von allem Einfall an, wenn ich so verraten und betrogen war! Es war ein ungeheuerer Verrat geübt der deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Ich habe ihn nicht ausgült! So etwas schreckt! Ich will das mal wiederzumst! Sie wird das in ihrem blut! Sie fängten sich hin. Sie ist draußen. Der Weg ist verloren. Sie, meine Herren, glauben, sich deshalb bei Sie verlassen, dürfen Sie sich verwalten. Ja, ja, ich werde Gugelbinnen kaufen. Ich weiß nicht, was Sie machen. Geigen Sie mir, Felgelein! 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 Felgele-